Hallo, ich habe ungefähr 50% mehr Abonnenten hinzubekommen, also 30 Stück, 32, 33, ungefähr, in dem Moment, 37 so. Und ja, durch das E-Book, am meisten durch den Kommentar von Rohenergie, der auf meinem letzten Video erschienen ist, und ein paar von Manny Glückskeks, ich habe gesehen, die meisten Aufrufe von dem E-Book, die kommen über Facebook, also von dem Facebook-Link, den sie geteilt hat, nicht von dem Video selber. Ich selber habe gar kein Facebook, es sind bis jetzt 700 Aufrufe, auf jeden Fall wollte ich mich für die neuen Abonnenten, oder bei den neuen Abonnenten bedanken, und wieder nicht für die Aktion des Abonnierens, sondern einfach, weil ihr cool seid. Und das meine ich ganz ernte, ganz ernst, South Park-Referenz, obwohl ich gar keine South Park gucke irgendwie. Ich habe mir ein paar auch angeguckt, und das sind halt wieder, und das ist natürlich auch logisch, bewusste Menschen, und besonders bei diesem Lifestyle habe ich bisher persönlich noch keinen erlebt, der nicht irgendwie total awesome und toll ist. Ich kann gar kein Englisch, habe ich gerade gemerkt, und dafür will ich mich bedanken, weil darum habe ich auch den Channel, und solche Abonnenten habe ich gerne, und ja, mal gucken, was daraus wird, von meiner Seite aus. Was kann ich noch erzählen? Ich liebe solche Menschen, die bewusst sind, bewusst handeln. Und damit eigentlich zwangsweise auch intelligent sind, und sich halt nicht von, ja, sich nicht manipulieren lassen, sich nicht stark manipulieren lassen, und die Sache selbst in die Hand nehmen, und einfach, ja, an die Sachen, oder an die Sache rangehen. Dann hat sich meine Stimme kurz ein bisschen verabschieden, und ja, dafür, dass ihr solche bewussten und auch tollen Menschen, da bin ich mir sicherer seid, dafür will ich mich mit dem Video bedanken. Also, das ist klar.